Wer drei oder vier Bier getrunken hat, der weiß wohl, dass er danach nicht mehr Auto fahren sollte. Aber habt ihr euch schon mal Gedanken über eure Fahrsicherheit gemacht, wenn ihr euch eine Tablette gegen Kopfweh oder Medikamente gegen eine Erkältung eingeworfen habt? Was es bei Medikamenten im Straßenverkehr zu beachten gibt, das erfahrt ihr jetzt im Video. Mein Name ist Annika Danner, ich bin ADAC-Juristin. Und vorweg, bei uns in Deutschland gibt es kein Gesetz, das besagt, dass man nach der Einnahme von Medikamenten nicht fahren darf oder auch ab wann man wieder fahren darf. Das heißt, es gilt hier das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit. Also müsst ihr selber euch beurteilen, ob ihr euch geeignet fühlt, um sicher am Straßenverkehr teilnehmen zu können, wenn ihr eben Medikamente genommen habt. Und jetzt schauen wir uns zuerst mal an, was denn bei rezeptfreien Medikamenten gilt. Wenn man etwas so in der Apotheke kaufen kann, dann kann es ja nicht so schlimm sein. Zumindest denken das sicher viele von euch. Aber gerade auch die nicht verschreibungspflichtigen Medikamente können die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Entweder machen sie das alleine oder in Zusammenwirkung mit anderen Medikamenten. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel einen glipalen Effekt habt und ihr werft euch einen Medikamenten-Mix ein, um den Tag irgendwie überstehen zu können, dann kann sich das negativ auf eure Fahrsicherheit auswirken. Daher solltet ihr am besten auch bei den nicht verschreibungspflichtigen Medikamenten, wie zum Beispiel bei einfachen Schmerzmitteln, immer den Beipackzettel lesen und eventuell auch in der Apotheke nachfragen, ob ihr irgendwas zu beachten habt, vor allem beim Bedienen von Maschinen oder auch bei der Teilnahme am Straßenverkehr. Und auch wenn ihr davon ausgeht, dass eure Medikamente vielleicht harmlos sind, solltet ihr aufpassen, wenn ihr dazu Alkohol trinkt. Es kann nämlich dann zu einer Wechselwirkung kommen, die sich auch wieder auf eure Fahrsicherheit auswirkt. Und jetzt schauen wir uns mal die Medikamente an, die ihr auf Rezept von eurem Arzt verschieben bekommt. Und wenn schon manche der Rezeptfreien Medikamente zu Problemen führen können im Straßenverkehr, dann kann das natürlich auch dann sein, wenn ihr Medikamente auf Rezept bekommt. Hier könnt ihr euren Arzt direkt befragen, ob es irgendwelche Risiken gibt, die ihr im Straßenverkehr zu beachten habt. Habt ihr eine Grunderkrankung, wie zum Beispiel Bluthochdruck oder seid ihr Schmerzpatienten, dann kann es sein, dass ihr Medikamente braucht, um erstmal sicher am Straßenverkehr teilnehmen zu können. Und da seid ihr dann oft auf die dauerhafte Einnahme der Medikamente angewiesen und die sollten auf euch gut eingestellt sein. Und deshalb ist es da auch wichtig, dass ihr regelmäßig ärztliche Kontrollen habt, um das zu überprüfen. Gerade in der Einstellungs- und Umstellungsphase kann es nämlich zu Problemen kommen, die sich auf die Fahrsicherheit auswirken. Und gerade auch bei den Patienten, die Medizinal-Cannabis nehmen, ist es entscheidend, dass diese gut eingestellt sind, das heißt Cannabis entsprechend der Verordnung des Arztes einnehmen, damit sich das nicht negativ auf die Fahrsicherheit auswirkt. Wenn ihr aufgrund einer Krankheit auf richtig starke Schmerzmittel angewiesen seid, wie zum Beispiel auf Morphin oder auf Opioide, dann rät euch der Arzt meistens dazu, erstmal aufs Fahren zu verzichten, weil ihr euch gerade in der Anfangsphase auf benommen fühlt und sich das wieder aus die Fahreignung und Fahrsicherheit auswirken kann. Das heißt, ihr bekommt hier sozusagen ein ärztlich angeordnetes Fahrverbot. Ein vom Arzt ausgesprochenes Fahrverbot ist nicht gleichzusetzen mit einem Fahrverbot, was euch von der Bußgeldbehörde oder vom Gericht erteilt wurde. Trotzdem ist es aber zu beachten. Sagt euch der Arzt, dass ihr momentan nicht fahren dürft, dann wisst ihr, dass ihr aus medizinischer Sicht momentan wohl nicht fahrgeeignet seid. Zweifelt ihr die Ansicht von dem Arzt an, dann holt euch gern die Zweitmeinung ein. Aber bis dahin fahrt ihr besser nicht. Kommt ihr in eine allgemeine Verkehrskontrolle und wird da festgestellt, dass ihr nicht fahrgeeignet seid, dann droht euch zwar nur ein Verwarnungsgeld von 25 Euro. Kommt es aber zum Unfall, dann könnt ihr richtig Probleme bekommen. Wenn der Unfall deshalb passiert ist, weil ihr die Medikamente nicht viel verordnet eingenommen habt oder der Unfall aufgrund der Medikamente passiert ist, weil ihr einfach nicht fahrgeeignet wart, dann droht euch sogar ein Strafverfahren. Je nach Schwere des Vorwurfs, den man euch machen kann und je nach den Folgen des Unfalls, droht euch hier entweder eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe. Wenn aber jetzt die Fahrerlaubnisbehörde davon Kenntnis bekommt, dass ihr irgendeine Grunderkrankung habt und deshalb vielleicht auf starke Medikamente angewiesen seid, dann kann sie von euch ein ärztliches Gutachten fordern. Und je nach Ergebnis kann es sein, dass sie davon ausgeht, dass ihr nicht geeignet seid, um sicher im Straßenverkehr Fahrzeuge zu führen und euch dementsprechend den Führerschein wegnehmen. Und wenn die Behörde so ein Gutachten haben möchte, dann müsst ihr auch dafür die Kosten tragen. Also nehmt doch hier die Empfehlungen eures Arztes ernst und im Zweifel fragt nach, ob es irgendwelche Probleme geben kann. Wenn ihr gerade euren Arm oder den Fuß gebrochen habt und einen Gips tragen müsst und euch fragt, ob ihr damit eigentlich sicher Auto fahren könnt, dann schaut euch gern das Video an. Bis zum nächsten Mal.